Die Sommerferien sind ja fast zu Ende in Nordrhein-Westfalen und damit Sie gut wieder ins Arbeitsleben hineinfinden, hier eine kleine Serviceleistung von uns an dieser Stelle. Ein Gespräch zum Thema Work-Life-Balance mit Philipp Kovtche, der ist Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler und er hat mit diesem ganzen Konzept ein Problem. Er sagt nämlich, Work-Life-Balance erreichen zu wollen ist an sich schizophren. Hallo Herr Kovtche. Schönen guten Tag. Wie meinen Sie das bitte ganz genau mit dem Schizophren? Ja, ich habe den Eindruck, dass es keinen Sinn macht zwischen Arbeitszeit und Freizeit zu unterscheiden, insofern beide Zeiten ja Lebenszeiten sind. Und wir sollten uns vielmehr die Frage stellen, was für ein Leben wir führen wollen, als dass wir uns die Frage stellen sollten, wie wir unser Leben zweiteilen zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Denn wenn wir unser Leben dauerhaft zweiteilen, dann werden wir eben schizophren und in der Arbeit ebenso unglücklich wie in der Freizeit. Also ich darf das ein wenig vertiefen. Sie sagen ja, wenn wir davon ausgehen, dass wir nur in unserer Freizeit richtig leben und uns da quasi für unsere Arbeitszeit entschädigen müssen, dann ist das erstens keine gesunde Einstellung und zweitens erzeugt das auch zu viel Druck in der Freizeit. Jetzt ist es aber ja so, dass nicht jeder einen Job hat, zu dem er jeden Tag mit Begeisterung hingeht. Was sollen denn diese Leute machen? Auch noch ein schlechtes Gewissen haben, dass sie ihren Job blöd finden? Nein, gar nicht, sondern das ist ja eine Gestaltungsfrage an die Gesellschaft, wie wir mit denjenigen Tätigkeiten umgehen, die wir gesellschaftlich für sinnvoll erachten, die aber von Menschen heute getan werden, die mit ihrer Arbeit unglücklich sind. Dieses Unglück kann ja verschiedene Gründe haben. Es liegt meistens daran, dass wir diese Wertschöpfung unangemessen wertschätzen. Das ist gar nicht zuerst eine ökonomische Frage, sondern es ist eine kulturelle Frage. Und in Zukunft, gerade angesichts der Digitalisierung, bieten sich auch immer mehr die Möglichkeiten, dass Tätigkeiten, die sinnvoll sind, aber nicht mehr von Menschen übernommen werden müssen, auch von Maschinen übernommen werden können. Und wir sollten eben nicht sklavisch an den Arbeitsplätzen festhalten, sondern gerade zu schauen, wie wir Menschen befreien können, tatsächlich das zu tun, was sie auch glücklich werden lässt. Ist das eigentlich ein bisschen viel verlangt, dass jeder Mensch immer begeistert zur Arbeit gehen muss? Also ich finde meinen Job prinzipiell super, aber manchmal will ich auch auf dem Sofa bleiben. Ja, das ist auch ihr gutes Recht und jeder ist nicht bloß seines eigenen Glückes, sondern auch seines eigenen Unglückes Schmied. Dieses Recht soll niemandem genommen werden. Dennoch ist es ja so, dass wir nicht darauf bauen sollten, dass jeder sich einigermaßen mit den herrschenden Verhältnissen arrangiert und darin einigermaßen unproduktiv zur Ruhe findet, sondern wir sollten einen ganz anderen und erweiterten Arbeitsbegriff an den Tag legen, zu dem dann auch Ruhe- und Erholungsphasen ebenso dazugehören. Aber diese Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Verhaltensweisen des Menschen ist eine ganz andere als die kategorische Unterscheidung zwischen Arbeit und Freizeit, die aus dem Industriezeitalter herrührt und ganz sicher nicht in die Zukunft führt. Jetzt haben Sie ja eine Lösung für das Problem. Sie sind nämlich großer Fan des bedingungslosen Grundeinkommens, also ein bestimmter Betrag an Geld, den jeder Mensch bekommt, unabhängig von seinem Status, seiner Ausbildung, auch ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Das ist ja eine Idee, die viele Staaten immer mal wieder beschäftigt. Aber eine Kritik, die ja immer entgegengebracht wird, ist, wer eh genug zum Leben hat, der geht dann gar nicht mehr arbeiten. Und irgendwann kommt dann die Müllabfuhr nicht mehr. Ja, die Müllabfuhr, die wird natürlich kommen, weil wir sehr schnell mit einem bedingungslosen Grundeinkommen auch bemerken würden, dass wir nicht hinter das kulturelle Niveau der Müllabfuhr zurückfallen würden. Es ist aber tatsächlich doch so, dass mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wir überhaupt erst aufwachen würden für einen neuen Arbeitsbegriff, nämlich für einen Arbeitsbegriff der all diejenigen Tätigkeiten, die heute teils als Ehrenamt oder als freiwilligen Arbeit abgestempelt werden, auch vollgültig Arbeit sein lässt und wir würden wach werden für einen Arbeitsbegriff der all diejenigen Tätigkeiten, die sich heute tarnen mit ihrer Sinnhaftigkeit, Erwerbsarbeit zu sein, dass er diese Tätigkeiten auffliegen lässt. Und wir müssen tatsächlich in Zukunft ein waches Urteil uns erüben, dass wir nicht bloß Erwerbsarbeit qua Erwerbsarbeit für gut heißen und alle freiwilligen Tätigkeiten bloß der Freizeit überantworten, sondern dass wir tatsächlich die Sinnfrage in der Arbeit ganz neu und mit ganz anderer Perspektive ins Bewusstsein bekommen und das bedingungslose Grundeinkommen ermöglicht völlig richtig diese Diskussion. Aber macht es Menschen wirklich glücklicher, wenn sie machen können, was sie wollen? Manche Menschen brauchen ja auch gewisse materielle Zwänge, sagen wir mal, als Ranghilfe. Ich würde sagen, es lässt sich dazwischen zweierlei unterscheiden. Es gibt natürlich konstruktiven Druck und konstruktiver Druck ist all derjenige Druck, der dazu beiträgt, dass sie leistungsfähiger werden angesichts der Herausforderungen anderer Menschen. Es gibt aber auch destruktiven Druck. Unter destruktivem Druck leiden wir immer dann, wenn wir in unserer Existenz bedroht werden, weil wenn wir auf Existenzangst reagieren müssen, dann reagieren wir eben nicht mehr menschlich, sondern dann reagieren wir schlimmstenfalls bestialisch. Und destruktiver Druck ist völlig unangemessen und er ist heute überdies völlig unnötig geworden. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre keineswegs ein Lottogewinn oder eine Glückspille. Es würde größtenteils sogar all diejenigen noch deutlich unglücklicher werden lassen, die heute ihr Unglück nicht zulassen können. Aber genau dieses Unglücklichsein ist ja gerade die Notwendigkeit für einen Wandel hin zu einer freieren, hin zu einer besseren Gesellschaft und deshalb ist gerade vielleicht die eingestandene Unzufriedenheit in Sachen des heutigen Arbeitsalltags etwas, was uns zu neuer Arbeit befähigen würde. Der Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler Philipp Kovtche wünscht sich eine Neubewertung von Arbeitszeit und Freizeit und er sagt dabei, würde sehr hervorragend helfen, das bedingungslose Grundeinkommen. Danke, Herr Kovtche, für das Gespräch. Danke für Ihre Fragen. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de Vielen Dank, Herr Kovtche. Untertitelung des ZDF, 2020